Hauptschule. Ein Bauer verkauft einen Sack Kartoffeln für 50 Euro. Die Erzeugerkosten betragen 40 Euro. Berechne den Gewinn. Realschule. Ein Bauer verkauft einen Sack Kartoffeln für 50 Euro. Die Erzeugerkosten betragen vier Fünftel des Erlöses. Wie hoch ist der Gewinn. Gymnasium. Ein Agrarökonom verkauft eine Menge subterraner Feldfrüchte für eine Menge Geld. G. G hat die Mächtigkeit 50. Für die Elemente aus G gilt G ist 1. Die Menge hat die Herstellungskosten H. H ist um 10 Elemente weniger mächtig als die Menge G. Zeichnen Sie das Bild der Menge H als die Tilgungsmenge der Menge G und geben Sie die Lösung L für die Frage an. Wie mächtig ist der Gewinn? Waldorfschule. Ein Bauer verkauft einen Sack Kartoffeln für 50 Euro. Die Erzeugerkosten betragen 40 Euro und der Gewinn 10 Euro. Aufgabe. Unterstreiche das Wort Kartoffeln und singe ein Lied dazu.